So, Zeit für eine kleine Herausforderung. Ich habe hier von der letzten Gamescom so einen Handschuh bekommen von Dragons Prophet. Und werde jetzt hier der Beweis mit diesem Handschuh zocken. Alter Schwede. Und versuchen ein paar Kills abzust... Ah, das ist nicht einfach. Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Ey, leckt der oder was? Oder treffe ich echt zu wenig? Oh, Mama Mia! Jetzt weiß ich, wie sich Mario fühlt, wenn er das immer sagt. Mama Mia! It's me! Mario! Oh, den habe ich bekommen. Alter, ich komme hier nicht drüber. Ich hänge die ganze Zeit an der Tastatur. Super Mario! 3D! Oh, cooles Spiel. Oh, da drüben ist irgendwo einer. Hier hinten bist du. Sag mir, wo du bist. Und ich sag dir, wer du bist. Für Schilling wurde ein Kickwort durchgeführt. Wegen Hacker-Tools. Das soll ein Hacker-Tool sein? Ja, natürlich. Das sind ganz legale Hilfsmittel. Ich bin noch positiv. Das ist gut. Ich verschiebe meine Tastatur hier die ganze Zeit und mein Mauspad. Das hört man bestimmt. Als ob so ein Handschuh ein Hack wäre. Oh mein Gott, die Leute von heute. Was denken sich die? Jetzt darf man nicht mal mehr Handschuhe beim Zocken angezogen haben. Oh, abgestaubt. Schilling der Abstaubi. Ich bin der Abstauber. Oh, das tut schon so weh. Die Runde wird viel zu lange. Das tut so dermaßen weh. Oh, ich muss hier sämtliche Fingermuskeln anspannen. Oh, da geht es down. Null Pommes. Ich hätte aber schon gerne ein paar. Ein paar Pommes. Wenn sie null Gramm Fett hätten, dann wäre das natürlich cool. Aber das steht wohl für was anderes, denke ich. Spawn Camping in your face. Boah, aua. Ich kann nicht mehr. Bitte, Mami, erlöse mich. Mami, erlöse mich von diesen hellen Qualen. Infernum, was hast du mir angetan? Ich kann hier beweisen, ich habe das noch immer. Was hast du mir angetan? Boah, wo ist die Maus? Oh, meine Maus, wo bist du? Kleine Maus, zieh dich aus. Mach dich nackig. Mach dich nackig. Ey, wo bist du? Radar, da hinten bist du. Ey, Brüder, kommst du her? Weil du bist auch einer von dir Brutale. Oh, da drüben. Kommst du da mal runter? Wie soll ich dich denn treffen, Mann? Oh, meine Hand tut so weh. Ich dachte, das geht schneller zu Ende. Hätte ich wohl Deathmatch machen sollen, aber da hätte ich bestimmt abgelost wie eine Forelle. Keine eine Forelle überhaupt ablosen. Oh, ich hoffe, ich verschiebe nicht die ganze Zeit das Stativ von der Kamera. Uh, da muss ich aufpassen. Äh, das kann gut sein. Äh, das sehe ich nicht so. Aber hey, der ist hier drei Kilometer groß, dieser... Oh, oh, komm schon. Ah, aua. Der ist hier drei Kilometer groß, dieser Arm. Naja, die Drachen in Dragon's Prophet haben es wohl hier. Oh, Schleichwerbung, Schilling, Schleichwerbung. Schleichwerbung, ja, bestimmt. Bestimmt. Ich mache auch Schleichwerbung für... Für rote Hauben. Äh, genau. Mache ich auch hier. Kauft rote Hauben. Bekomme 100 Euro pro verkaufte Haube. Äh. Ja, so funktioniert er, der Welt. So, jetzt kommst du her. Äh, bleib stehen. Der Typ ist da noch immer hinten. Wenn ich... Wenn ich eine normale Hand hätte, würde ich den jetzt killen. Aber wieso macht das keiner aus unserem Team? Äh, Team, was macht ihr? Killt den. Du bleib, ey. Da bleib, ey. Äh, da wirft er, da wirft er. In your face wirft er mir was. Oh, ich kann mich nicht so viel bewegen. Oh, Doppelkill mit dieser Hand. Hier, Beweis, ich habe es noch immer. Die Hacker-Tools. Ja, die Hacker-Tools sind... Ah, so, ich habe eine neue Technik gefunden. Da müsste man mal nicht Facecam, sondern Handcam machen. Oh, das wäre auch mal was. Schilling, wann kommt wieder Handcam? Schilling, mach bitte wieder Handcam. Oder Schilling... Oh, das war... Der, der, der die ganze Zeit da oben gewartet hat. Schilling, mach mal bitte Schniedelwurzcam. Äh, au. Meine Hand. Meine Maus ist aus der Hand geflogen. Oh. Oh. Jetzt weiß ich, wie es ist, ein Kind zu gebären. Pressen. Pressen. Oh, ja, pressen. Oh, es kommt raus. Ja, es ist draußen. Es ist ein Militärsoldat. Oh. Aua. Mauspad. Wo bist du, Maus? So, hier drüben. Ich darf nicht hinschauen. Das wäre ja sonst noch einfacher. Das ist ja auch der Sinn der Challenge. Oh, da kommt der... Hab's noch immer auf. Ich hoffe, das sieht man überhaupt in der Webcam, in der Facecam, in der Handcam. So, komm. Komm, hilf mir. Hilf mir. Sag mir, wo einer ist und ich besiege ihn für dich. Das nenne ich... Ach, ich treffe die Aussicht. Ich treffe die Taste nicht. Das nenne ich Teamwork. Das nenne ich Teamwork. Teamwork von den Gegnern. Alle auf Schilling. Gehen wir alle mal auf Schilling. Oder wie der Frankie sagen würde. Rock me the Wirtschaft. Dann geht's the Wirtschaft gut. Geht's uns allen gut. Oh. Vielleicht habe ich mir auch nicht gerade die beste Waffe ausgesucht. Ich wusste nicht, soll ich eine Waffe zum Sprayen nehmen? Oder... Oder wickety win. Witte, witte, witte win. Tschüss.